Dieses zu erwerbende gut gepflegte Mehrfamilienhaus liegt in Münster Angelmodde. Das im Jahr 1995 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über vier Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 0 Quadratmetern weist das Gebäude eine vermietbare Fläche von ca. 576 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 1.073.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.